Im Casino Was machst denn du da? Halt die Fresse! Du bist scheiß da! Halt die Fresse! Ich mach ja langsam nicht mehr mit, gell? Halt die Fresse! Da, du Rüppel! Halt die Fresse! Darf ich ja mal fragen, was da gespielt wird? Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ein heiteres Gesellschaftsspiel für zwei bis sechs Personen. Halt die Fresse! Fresse!